Siehste, wolltest du nicht eigentlich auch noch ein Mega Mod Pack oder habe ich da was vergessen? Ich wollte eigentlich gar nicht, aber... Also wüsste ich bis jetzt noch nichts von... Ich hatte den Stil gesehen mit dem Mega Mod Pack. Ja, es geht darum, es kommen halt so viele und mit der Zeit weiß man nicht mehr, wer was spenden wollte oder wer überhaupt irgendwas wollte. Deswegen frage ich halt immer nach, weil ich... Das Mega Pack war ja das Pack, was du für LS fertig gemacht hast. Wir haben nachgezählt, 275 Mods sind drin. Oha. Wie haben wir hast du dafür gebraucht, das so fertig zu machen bei so vielen Mods? Na, Anfang LS17 halt. Ein Teil davon ist konvertiert, ein Teil davon ist neu gebaut. Ja. Ein Teil kommt auch von einem freundlichen Modding-Team aus Russland, vorrangig halt die russischen Fahrzeuge, wie GAS, MHZ und hast du nicht gesehen? Wirst du denn auch in LS19 weitermachen oder... Hatte ich vor, ja. Wird das jetzt nur dein letztes sein? Ne, ne, ich hatte auch LS19 vor. Was ich bis jetzt schon gesehen habe, könnte das zwar ein bisschen gruselig werden, das alles umzuschreiben, aber... Wird schwieriger als LS19, oder? Ja, das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist für mich aktuell noch ein bisschen chinesisch. Ja. Aber ich hoffe mal, dass ich es hinkriege. Ich baue jetzt auch, ich baue auch ein bisschen rum für LS, aber wirklich man will ich das, was ich mache, nicht mehr. Oh, ich höre raus, genau. Im Übrigen, ey, du kannst den Stream weitergucken, du musst ihn einfach bloß stumm schalten, dann hörst du mich nicht x-tausend mal. Ich sag gerade Alice und dem Hintergrund, gucke ich streamen. Am Ende arbeitet er auch, das ist der Helfer, oder? Okay. Na, Wahnsinn, mal einfach einer, der selber fährt, ist ja was ganz Neues. Du, wenn ich mit Helfer fahren würde, brächtig keinen LS-Toppel, dann hätte das ganze Spiel ja keinen Sinn mehr. Dann kann ich mich ja gleich mal irgendein Spiel kaufen, wo ich der Chef bin. Jawohl, jawohl, jawohl! Alter, 500 und 1000, Alter, ich feiere mich gerade selbst. Ist der Rekord? Ja, für mich schon. Paul, join your channel. Grüß Gott. Grüßen doch selber, der schon wieder.